Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Division 2. Ihr werdet mehr sehen oder meine Zukunft in den Splash mehr passen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und hier gibt es einen richtig schönen Rucksack. Hat er mehr Rüstung und naja, das bisschen der Gefahrenschutz kann weg, Pistolenschaden kann weg. Schaden durch kritische Treffer, hier bloß 3%, Fertigkeitenstärke brauchen wir nicht, dann hier nehmen wir die Chance mit. Schutz vor Elite-Gegner, zusätzliche Eingehnteilung und Waffenhandling, alles ganz nice. Und wir sagen, diesen kaufen wir. Kaufen. Okay, viel Spaß damit, Agent. Danke, dass ich hier war. Rienens Inventar und switchen um. Haben wir hier. Können wir weghauen. Schutz vor Elite. Ja, es passt alles. Passter, passter, passter. Pistol. Ja, der Revolver, aber... Revolver ist jetzt nicht so geil. Dann verkaufen wir das. Der komische Revolver verkaufen wir und den Rucksack. Du kannst weg. Und du kannst weg. Dann... So, 204. Bum, 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 bum. Ja, du kannst auch nur weg. Da suche ich schon eine Weile. Mit dir? Los, los, los! Dum-di-dum-di-dum... Hm? Oh! Blindern! Pasta! So, die kleinen Teilchen nehmen wir alle mit. Das können wir ja immer kräftig sammeln. Yeah, nice. Meine Sunglasses. Schau an das. Granade. Wie kräftig. Ja! Ja. sich näher den feinde erkannt mann am Boden lauf doch du Noob wo ist das Fahrzeug da ist es so da fehlt noch einer da ist er echt jetzt wo haben wir das Hilfe oben hier ein Traum eine Bumpe Mensch dumm gewehr nice was haben wir hier eine Fall ja die hole ich nachher die Nebenmission jetzt wollte ich mir erst mal den SHD Behälter so mit nem Bau bist du unterwegs gut hast du das gemacht gut jetzt gut 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 Kommt da keiner. Passt. Weiter. Ka-ching, 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 nice, so, jawoll, richtig geplündert. So. So, nehme ich mir den da unten noch mit. Dann gucken wir hier mal. Da geht mehr. Nimm dich mal voll. Ja, zwei Power, die bloß mehr. Ja. 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 Nice. Nehme ich. Lauter unbekannte Aktivitäten. Ja, ein Traum. Noch eine. Meine Güte. Okay. Nachher. Ja. Ja. So. Da drüben haben wir noch ein paar Boys. Das sind unsere. Okay. Okay. Ja. Was. Was. Ja. Genau. Hey. Ich bin. Was. Dass du mal gut genug bist. Ja. Ich bin. Warum hab ich nur so ne scheiß Waffe? So, gucken wir einmal da runter. Kommt da einer? Nice. Warte mal, ist hier die SHD Techno? Na, oben muss das sein. Muss da oben irgendwo sein. Nice. Da ist er. Cool. So, dann gucken wir hier mal rein. Die hier, ist präziser, hat aber weniger Wumms. Okay. Knieschauer. Du bist dran und sonst passt's. Ich sehe Bewegung auf dem Dach in der Nähe des Fortpasst. Agent, offenbar führen Sie Wartungsarbeiten in Ihrem Kommunikationssystem durch. Wir sollten Sie kurz auf dem Dach in der Nähe des Fortpasst. Ich sehe Bewegung auf dem Dach in der Nähe des Fortpasst. Command, Bricks hier beim American History. Ich sehe Bewegung auf dem Dach in der Nähe des Fortpasst. Wir jumpen mal hier hin. Dann schauen wir mal, ob da auch so ein Boss am Start ist. So, wo ist es? Da drüben. Hier war's. Aktivitäten. Förderer Triegel ab. Okay. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay. Und ein paar Homies hier. Ja, wir sollten Sie aufsprengen. Also hier hinten. Und ein paar Leute. jetzt. Noch ein bisschen Stuff geben. Da kommen doch noch ein paar. Au. Homies. Denne was geben. Man sieht nicht viele Dimensionleute. Da sind welche. Da sind welche. in der Seite. Cooler Move, aber hat denen nichts gebracht. So, der hat alles nichts gebracht hier. So, sammeln wir das ein, dann gehen wir ein Stückchen hoch, so wie weit ist es, nicht mehr so weit, 50 Meter. Gut, 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 da vorne sind sie schon. Passt alles. Gut, dann geht es in der nächsten Folge natürlich auch schon los. Hier kommt der Break, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.